Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Peter Felser. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Liebe Kollegen! Liebe Gäste! Liebe Landwirte! Ich habe keine Katzenfotos mitgebracht, sondern eine Geschichte aus dem harten bäuerlichen Alltag. Vorgestern traf ich eine Winzerin auf einer Veranstaltung. Das, was sie sagte, ist symptomatisch für die aktuelle Situation in der Landwirtschaft. Diese junge Weinbäuerin sprach davon, dass sie Ängste habe, wie es denn nun weitergehen soll. Man habe selbstverständlich seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten auf dem Weinberg nachhaltig gewirtschaftet. Selbstverständlich gehe man mit der anvertrauten Natur, dem eigenen Weinberg, natürlich sorgfältig um. Aber das, was nun an Auflagen, Einschränkungen und Bürokratie auf sie zukomme, das mache ihr Angst. Angst, liebe Kollegen! Angst geht um auf den bäuerlichen Betrieben. Dieser emotionale Appell der Winzerin war aber nicht irgendwo hingerichtet. Er hat sich ganz klar gegen diese Politik der Ampel gerichtet. Dabei wäre Stabilität das richtige Signal für unsere Landwirte. Stabilität und Planbarkeit. Stattdessen Unsicherheit, Verzweiflung, Angst auf unseren Betrieben. Denn wie ist denn die echte Lage? Die Schere von Kosten auf der einen Seite zu den Erträgen auf der anderen Seite gehen immer weiter auseinander. Stichworte, Gaspreise gehen durch die Decke, Dünger, Inflation. Ab Oktober werden die Tierhalter die steigenden Kosten durch die Tierärztegebührenordnung zu spüren bekommen. Haben Sie das eigentlich alles auf dem Schirm? Jetzt macht die größte Düngemittelfirma in Deutschland dicht. Was für eine zusätzliche Dramatik in dieser Situation. Irre steigende Betriebskosten und weniger Düngemittel auf dem Markt. Aber genau das, liebe Kollegen, genau das war vorhersehbar. Dazu brauchte man auch keine Glaskugel. Wir hatten im Mai in unserem Antrag genau auf diese Situation hingewiesen. Wir haben uns stark gemacht bei der Sicherung der Düngemittel für bezahlbare Düngemittel. Wir haben konkret vorgeschlagen, wie wir das für die Landwirte sichern können. Nur ein paar Auszüge sicherstellen, dass die Düngerproduktion in Deutschland gewährleistet bleibt. Im Rahmen der einzelstaatlichen Beihilfen Unterstützung bei den Düngerkosten. Auf nationaler Ebene sicherstellen, dass das EU-Nitratsmessnetz so ausgebaut wird, dass es engmaschig und fachlich geeignet ist. Aber auch hier Augen zu und weiter Schlingerkurs in die Katastrophe. Das Schlimme ist, diese Kostenexplosionen, diese Mangelwirtschaft, das wird sich dann wiederum in steigenden Lebensmittelpreisen wiederfinden. Das zahlen die Bürger. Und das, liebe Kollegen, das ist das Unsoziale, auch in der Agrarpolitik. Herr Minister, werden Sie eigentlich in Ihrem eigenen Kabinett ernst genommen? Es kann doch nicht wahr sein, dass unsere Landwirte im Entlastungspaket überhaupt nicht vorkommen. 0,0. Das ist der eigentliche Skandal, den wir in dieser Haushaltswoche erleben müssen. Und in Brüssel, Herr Minister, sind Sie ebenfalls gnadenlos geschnitten worden. Keinerlei Ausnahme, keinerlei Hilfe für unsere Schweinehalter in der ASP-Frage. Gerade in Niedersachsen haben sich da viele Betriebe Hilfe gewünscht. Sie haben 0,0 für unsere Landwirte rausgeholt. Mit dieser EU werden in Deutschland noch mehr Betriebe dicht machen. Das ist leider die bittere Wahrheit. Lassen Sie mich aber noch zur Forstpolitik kommen. Es ist schade, dass unser Wald in der Haushaltsdebatte meistens zu kurz kommt. Wir sprechen hier im Haushalt immerhin über 900 Millionen Euro. Allein in diesem Jahr sollen noch 200 Millionen Euro in die Wälder, in den Waldumbau abfließen. Wie soll das funktionieren? Realität. Die Kriterien sollten Anfang September vorliegen. Jetzt haben wir den 8. September. Wir hören, das dauert noch ein, zwei Wochen. Zwölf Kriterien sind zu erfüllen, damit die Förderung überhaupt ausbezahlt werden kann. Wer soll das ab Ende September oder ab Oktober noch hinbekommen? Das ist völlig realitätsfremd. Das Personal, das wir hierzu benötigen, und ich rede hier nur von der Informationsleistung, von Evaluation, Controlling noch gar nicht zu reden, das Personal für diese Beratungsleistung haben Sie in den letzten Jahrzehnten systematisch abgebaut. Auch Sie, die Kollegen von der CDU. Es fehlen schlicht und einfach die Förster in der Fläche. Die Forstbetriebsgemeinschaften sollen jetzt anfangen zu beraten über Kriterien, die sie bislang noch gar nicht hatten. Schlingerkurs ins Nichts. Ich kann Ihnen sagen, wie es ausgeht. Dazu brauche ich auch keine Kristallkugel. Es werden die Waldbesitzer und die Forstgemeinschaften die Förderung beantragen und bekommen, deren Wald jetzt schon diese Kriterien erfüllen. Die kleinen Waldbesitzer werden leer ausgehen. Ergebnis für das Klima 0,0. Liebe Kollegen, unsere Landwirte haben nicht nur einen anderen Haushalt verdient, sie haben eine andere Regierung verdient. Ich danke Ihnen. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort.